Musik Hey Leute und willkommen zum nächsten Dragon Ball Super Card Game Opening. Wie ihr jetzt schon seht, wir öffnen heute Decks. Warum? Es gibt darin Karten, die sind nur in dem Deck verfügbar. Ihr seht schon diesen geilen Super Saiyan 4 Goku zum Beispiel. Nur im Deck. Also Deck exklusiv heißt das. Bei Broly genauso. Und dahinter ist noch eine geile Karte. Aber ich habe hier zwei. Warum? Das ist die Frage. Diana, warum sind hier zwei? Broly wird geklont und der Super Broly ist auf der Fall. Wahrscheinlich. Oh, sie fusionieren dann zu Super Broly. Um gegen den vierfachen Gogeta zu gewinnen, wenn die fusioniert sind. Oh mein Gott. Oder weil wir eins davon verlosen. Nein. Das ist die unwahrscheinlichste Variante. Ja, wie ihr merkt, ich bin noch immer bei Plexo, Diana. Ihr seht es auch im Hintergrund. Wie schon mal gesagt. Die Wand hat einfach geklaut und mitgenommen. Und Diana. Wie schon gesagt, die nächsten Openings in den nächsten Wochen wahrscheinlich werden alle auf diesem Hintergrund stattfinden. Auch wenn ich nicht mehr da sein werde bei Diana. Und ja, wir verlosen jetzt eines dieser Decks. Ihr könnt damit starten sozusagen. Es ist ein Starterdeck. Und eins der besten, weil Broly Decks... Das ist Broly. Ja, Broly Decks sind wirklich wirklich stark. Ich glaube, das Broly Deck mit den besten Karten zu sein ist auch der stärkste Deck im Spiel. Also im Kartenspiel. Ja, man kann es auch wirklich spielen. Und ja. Nein. Eins kann von vorne gewinnen, Diana Schnauze. Nein. Und ja, das Einzige, was ihr tun müsst. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, warum gerade du der größte Broly-Fan überhaupt bist. Was macht dich zum größten Broly-Fan? Und ja, dann, wenn du das wirklich beweist sozusagen, dann kriegst du dieses Pack nach Hause geschickt. Also Leute, bemüht euch, ne Diana. Und was da drin ist, sehen wir uns jetzt nämlich ab. Ich würde sagen, wir beginnen aber, hmmm... Wir beginnen mit dem Super Saiyajin 4 Deck. Ich bin da immer mega Bock drauf. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend, ein Deck zu öffnen. Aber wie gesagt, die Karten darin sind halt mega geil, weil sie nur darin erhältlich sind. Und das ist mir auch ein bisschen Reiz, die Karten zu holen. Die sind nämlich gar nicht mal so billig meistens. Mit drin ist immer eine Playmate sozusagen aus Papier. Ein Regelheft. Und ja, immer alles auf Englisch. Das Spiel ist leider auf Englisch daran. Müsst ihr euch gewöhnen, leider ja. Das wird wohl nie übersetzt, so wie bei Dockhand Battle. Also, das ist drin. Mit Bescheid, wie es schon mal regeln. Und eine Spielmatte. Ich will das hier nicht unbedingt aufklappen. Aber dann könntest du mal loslegen. Und natürlich, blup, schön eingepackt hier. Das Deck. Oh Gott, sieht so geil aus, hey. Ich krieg gleich ein Orgasmus, ey. Ich liebe Super Saiyajin 4. Meine Aufgabe. Pssst. Ist die jugendfrei. Ich denke, das ist auch auf, ist die große Frage schon mal. Das sieht so verklebt aus. Als wäre das... Ah, von oben. Hier seht ihr schon mal, wie ihr das nicht öffnet. Das muss man auch wissen, ne? Oh Gott, ich kann mich rein, da, ja, da. Die Karte nicht kaputt machen. Moment. Immer zärtlich und langsam. Nein. Ach du Scheiße, Leute. Das war eine Geburt. Das war eine Geburt. Und wir fangen mal direkt an mit der coolsten Karte, die da drin ist. Und die nächste ist aber auch noch ziemlich geil. Wir haben hier einen sozusagen normalen, goldenen, großen Wehraffen. Eine Leader-Karte. Der Awakened wird zu Long Orts Super Saiyajin 4. Guckt euch mal, wenn ich nach unten kippe, den Gold-Effekt an. Alter. Diana. Ist doch nicht wunderschön. Ja. Deswegen müssen wir ihn einpacken. Ja, natürlich in Perfect Size Sleeves, die man von der Seite reinschiebt. Und natürlich, natürlich in eine geile Dragon Ball Hülle, ne? Die gibt es auch überall zu kaufen. Ich werde auch die Links einfach wieder in die Kommentare hauen. Ich bekomme dafür nichts. Aber ihr wisst, woher die Sachen sind, damit ihr sie auch kaufen könnt, wenn ihr wollt, ne? Und ja, ich bin echt begeistert. Allein schon in dieser Karte wollte ich unbedingt das Deck haben. Aber nicht nur diese Karte hier ist mehr geil, sondern auch schon die nächste. Bam. Noch ein Reborn Might Super Saiyajin 4 Son Goku. Kocht euch diese Augen an. Oh Gott, ich bin ein Super Saiyajin 4 Fan. Wie ihr seht, rechts unten ST. Das heißt, das ist Deck exklusiv. Die gibt es nur da drin. Dianna, haben sie noch eine Hülle für mich. Nur weil sie es sind. Nur weil es Super Saiyajin 4 ist. Mega nice. Noch eine Hülle, Dianna. Es muss doppelt gemoppelt sein. Dam, dam, dam. Dankeschön, dankeschön. Keine Angst, Leute. Mit ihren Fingernägeln wird sie niemanden töten hier. Oh Gott, der ist halt auch geil, ne? Auch hier wird natürlich, wenn wir unten kippen, der Gold-Effekt, seht ihr ein bisschen. Und natürlich der Holo-Effekt. Diese Kombination macht für mich halt diese Karten so extrem schön. Mega, mega nice. Und dann natürlich sind noch weitere Karten drin, um eben das Spiel zu spielen, ganz logisch. Also meistens dann immer mehrfach. Hier zum Beispiel haben wir einen wunderschönen Bardock. Dann haben wir hier drin, wir gehen mal ganz kurz das Deck durch. Weil es ist trotzdem schon schön, ne? Ein Super Saiyajin 4, äh, Super Saiyajin Blue Goku. Ist das auch Deck exklusiv? Ja, ihr seht rechts unten überall ST. Das sind so eigene Karten sozusagen. Dann gibt es hier noch den normalen Super Saiyajin 4 Goku. In einer Form. Es gibt Super Saiyajin 2 Gohan. Uh, wunder, wunderschön. Dann haben wir hier noch drin, noch einen Super Saiyajin 2 Gohan. Den ganzen 4 Mal. Ihr kennt das aus Kartenspielen. 4 Mal dürfen die Karten immer enthalten sein. Außer ein Leader hier natürlich. Das ist eure Hauptkarte. Ein normaler 2 Gohan. Auch 4 Mal. Oh, der Kleine. Mit dem Kampfstäbchen. Ach, ich mag ihn. Der Kleine. 2 Mal. Ein 2 Gohan. Ein 2 Gohan aus GT. In der Mini-Form. Auch 4 Mal. Uh, so ein Gohan, der auf euch zuspringt. Passt auf, Leute. Passt auf. Ihr kennt alle den, ähm, die Kopfnuss, die er Raditz gegeben hat. Der Kleine Son-Guten auch mit dabei 4 Mal. Ohne Pan. Es geht nicht ohne Pan, Deiner. Es geht nicht. No. No, no. Es geht nicht ohne Pan. Auch 4 Mal. GG. Die Son-Goku-Zerstörerin. Ich sag, diese Base-GG kann unseren Super Saiyajin 4 Goku locker besiegen. Natürlich. Die hat die Power. Der hat Goka, wo du schießt. Die ganze auch 4 Mal. Oh, der Vater von Son-Goku. Ach ja. Also die Vater. Passt doch. Ja. Auch 4 Mal. Oh, das 10-fache kann man mehr haben. Opa, ja. Ihr seht schon, ne? Alles hier super. Seine 4 geprägt. Und das, ähm, die, äh, du wärst auf Deutsch schon gedacht, momentane Teleportation. Auch 4 Mal. Und wie gesagt, das ergibt ein Deck, mit dem ihr das Spiel mal beginnen könnt. Also ganz, ganz nice. Aber vor allem, wie gesagt, wegen diesen 2 Karten wollte ich das unbedingt haben. Denn die kriegt man halt nur da. Man kann es eben, entweder kauft man sich das Deck, so wie ich. Kostet, glaube ich, am billigsten, äh, so um die 10 Euro, glaube ich. Am billigsten schon, ohne Versankosten. Und die Karten an sich sind leider halt auch schon teuer, ne? Also es macht meistens Sinn, sich so ein Deck einfach mal zu gönnen. Wie gesagt, auch für alle, die neu anfangen wollen, Regelheft und die Unterlage für euren Tisch, damit ihr die Karten richtig hinlegt und so weiter und so weiter. Aber, wir gehen jetzt mal weiter zum Brody Deck, damit ihr wisst, was bekommt ihr eigentlich, wenn ihr das hier, wenn ihr das hier gewinnt, ne? Wenn ihr beweist, ihr seid der größte Brody Fan. Oh Gott, oh Gott. Ist mir zu öffnen, ist schwierig. Ist mir auf zwei Seiten, ah, ich hab's eingerissen. Verklebt. Plup. Und das hier, Leute, ist auch das bisher neueste Deck. Plup, schon hinten hin. Ihr seht auch hier wieder eine, ähm, Spieleanleitung. Ganz wichtig. Und wieder die Area, wo ihr eure Karten drauflegen könnt. Mir fällt der Super Saiyan 4 um. Plup. Und dann wieder hier die Karten. Mega nice. Jetzt werde ich mir mal das Ganze wieder versuchen zu öffnen, in Ruhe. So, Leute. Ich hab's echt geschafft. Ich habe es ausgepackt. Wir beginnen mal mit der coolsten Karte wieder zuerst. Aber die zweite, Leute, ist auch mega nice. Also, wir haben hier unseren Leader Brody. Eure Leader Karte hier mit Halsband. Auch ein schönes Abwerk, oder? Schon nice. Schon wirklich schön, schön. Und den könnt ihr awaken dann im Kampf, wie gesagt, zu diesem mega geilen Brody. Auch mit Gold-Effekt wieder. Noch schöner. Ja. Mal guck diese Muskeln an deine. Eieieiei. Er wird dich töten. Ja. Wunderschöner Brody, den ich auch sofort in den Sleeve muss, damit der Booster frisch sozusagen, wie es heißt, passt, ah, bleibt, passt, bleibt, wie auch immer. Bam. Auch den stellen wir mal hinten hin. Und jetzt die zweite geile Karte, die hier exklusiv ist. Und zwar dieser Brody. Der Revenger. Auch wieder wunder, wunder, wunderbar. Aber mit Holo-Effekt, Gold-Effekt, ihr seht es. Eieiei. Was eine schöne Karte, ey. Ich bin echt begeistert von den neuen Karten. Und übrigens auch, Leute, wenn ihr dieses Video seht, ich bin mir nicht sicher, ob dann schon die neuen Karten verfügbar sind oder ein bisschen später. Es gibt es nämlich dann bald Anfang, naja, so eher Mitte Juni, gibt es neue Dragon Ball Super Karten. Die Fortsetzung sozusagen von diesem Brody Set von Destroyer Kings, wo wir schon 100 Booster geöffnet haben. Video auf der Endcard verlinkt. Beste Video bisher von mir. Und da seht ihr auch diese Karten zum Beispiel. Ah, schöner Brody. Schöner Brody. Ich bin begeistert. Wie gesagt, für diese zwei Karten alleine schon lohnt es sich, eben diese Decks zu kaufen. Ich habe ja noch sogar eine Holo-Karten. Eine Holo-Brody-Karte, ja. Nehmt man gerne. Schön, schön. Und noch eine Holy. Ein Paragus. Ah, noch eine Holy. Noch eine Holo. Ich habe Brody und Holo vermischt. Auch schön, ne? Eine Holy-Karte. Eine heilige. Preise den Brody. Nein, den Paragus. Schöne, schöne Holo-Paragus-Karte. Und noch eine Holo. Okay, what the fuck? Die Decks werden immer besser. Wie gesagt, das Brody-Deck ist das neueste. Super Saiyan 4 ist schon älter. Auch sehr, sehr, sehr schön. Noch eine Holo. Okay. Limo. No, was? Wie viele Holo-Karten sind da drin? Okay, es lohnt sich wirklich, das Deck zu holen. Der Gewinner kann sich jetzt schon freuen. So ein Goku-Time-to-Fight. Da zieht gerade seine blaue Winterjacke aus, aus dem Film. Und der auch noch, wie geht es auch noch in Holo? Seine grünen Winterjacke. Schön, schön. Wie viele Holo sind die alle Holo? What the fuck? Die glänzen mir alles zu. Ein This. Die ist auch schön. Das ist wahrscheinlich kein Holo, das ist im Normalzustand. Ne, 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 ne. Die sind Holo. Pirus auch noch in Holo. Godly Destruction. Pirus. Pirus, vor allem mit harten P. Pirus. Und hier geht es jetzt normal weiter. Ihr seht jetzt mal den Unterschied. Die sind bearbeitet. Dass wir Gold-Effekt haben und so weiter. Und die hier nicht. Und das ist halt, wie gesagt, Deck-exklusiv. Einen Broly, den Revenger, haben wir hier einmal nur drin. Oh Gott, wir haben halt echt... Moment mal kurz. Das ist echt ein Bonus, ne. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Holo-Karten. Das Deck lohnt sich. Freut euch an den Gewinner. Ein Broly, ein Paragus. Die Dame. Also alle, die wir gerade gesehen haben, in Nicht-Holo. Okay. Goku, wie geht's? Whis und Pirus. Genau, alle Nicht-Holo. Dann nochmal Cold Blood, was eine sehr, sehr starke Karte ist. Das ist, glaube ich, aus dem allerersten Dragon Ball Set. Als Galactic Battle, wenn ich mich irre. Und die ist heute noch spielbar und echt was wert. Haben wir viermal drin. Mega nice. Freezer's Call. Auch viermal. Broly Berserker Origins. Auch viermal. Oh, der Broly, der das Insekt gerade frisst. Kennen wir aus Destroyer Kings Opening. Nom 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 nom. Auch viermal. Ein Paraguschen. Der Papa. Auch viermal. Das ist vier, ey. Ich weiß noch immer nicht, was das ist. Diana. Ist das ein Mantel? Kann man daraus einen Mantel machen? Ist das der Broly Mantel? Eine Wundedämon? Oh, Mann, oh, Mann. Auf jeden Fall, der ist auch viermal mit dabei. Paragus kennen wir auch aus dem Broly Opening. Aus dem Destroyer Kings Opening. Raff Pool Charge. Also ihr seht schon wunderschöne Karten. Auch viermal. Und das Ganze ergibt dann halt, wie gesagt, euer Spiel Deck. Oh, diese ganzen Holo Karten muss ich auch gleich mal einfolieren. Mega, mega nice. Guckt euch das mal an hier. Ei, ei, ei. Das ist schon geil. Wie gesagt, halt plus diese zwei Karten noch. Das Deck für, ich sag mal, 10, 12 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Wunderschöne Karten. Wunderschöne Karten. Auf jeden Fall, Leute. Wenn ihr, wie gesagt, dieses verschlossene Deck hier gewinnen wollt, haut in die Kommentare, warum bist du der größte Broly Fan? Und dann ist natürlich du ausgelost, wenn du das bist. Und dann, ja, bekommst du das so geschickt. Ganz einfach, ne? Und Diana, mit diesen vier wunderschönen geilen Karten verabschieden wir uns. Mega geil. Ja, vor allem die habe ich mir selber ausgesucht. Und nicht einfach so random gezogen, sondern ich mir ausgesucht. Schon geil, schon geil. Auf jeden Fall, Leute, ja. Wenn es euch gefallen hat, ist ein kleines Abo da. Wie gesagt, bald kommen neue Karten. Da mache ich auch natürlich wieder Videos dazu. Und letztens hatten wir ein Draft-A-Box-Opening. Schaut auch gerne rein. Alles auf der Endkarte? Und weil Diana so nette Worte gesagt hat, ihr YouTube-Kanal natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, Leute. Damit findet immer einen Grund. Ja, natürlich. Leute, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Viel Spaß. Haut rein. Und ciao. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020